hi leute und willkommen zu einer weiteren folge top 5 kills letzte woche kam ja keine folge ich habe da auch die letzten folgen geguckt und da hat mir die resonanz nicht ganz so gut gefallen deshalb hat mir da die motivation ein wenig gefehlt für eine weitere folge kann ich auch irgendwo verstehen es ist teilweise immer das gleiche und deswegen ausgelutscht aber es dauert ja auch nicht mehr lange und dann haben wir endlich destiny 2 und so weit so gut die regeln zum einsenden stehen wir im hintergrund und dann starten wir mit clip nummer fünf auf der fünf haben wir eine entspannte streak viel nahkampf dabei und pistole und nummer vier hier haben wir einen fünffach abschluss mit dem solarschwert clip nummer drei gefällt mir sehr gut einfach mal den himmel mit der nade anvisieren die nade kommt auf jeden fall akkurat zurück und holt den kill hier haben wir eine street mit dem titan und der pumpe und was mir hier aufgefallen ist der spieler hat ein echt cooles movement und zum abschluss haben wir noch eine street und zu der möchte ich gar nicht so viel sagen schaut sie euch einfach mal an nun sind wir auch schon zum ende gelangt ich hoffe ich konnte euch unterhalten und ansonsten lasst euch gut gehen und bis bald auf venero tv und bis bald auf